Diese Woche findet hier im Marzili das erste Jugend-Solar-Projekt statt. Jugendliche montieren auf einem Schulhausdach Solarpanels und lernen so, wie aus der Sonne Strom werden kann und welche Rolle die Sonnenenergie bei uns in der Schweiz im Bereich der erneuerbaren Energien spielt. Ich freue mich sehr über dieses Projekt, weil ich davon überzeugt bin, dass wir gerade mit solchen Projekten zeigen können, dass wir gemeinsam die Energiewende in der Schweiz arbeiten werden.